Rentenkürzung für Millionen Senioren ab 2023 minus in der Nettorente durch höheren Krankenkassen Zusatzbeitrag. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Was wir letztes Jahr im Jahr 2022 schon angekündigt haben, wird jetzt für Millionen Senioren bittere Realität. Die Nettorenten werden sich für viele gesetzliche Rentenempfänger verringern. Es ist zwar nicht viel Holz, was da von der Rente runtergeht, aber in Zeiten der hohen Inflation doch schon eine bittere Pille für viele Millionen Rentner, die diese schlucken müssen. Sie werden es nicht glauben, die Nettorenten werden sich ab 2023, ab Januar 2023 verringern. Das heißt also, es werden viele Rentnerinnen und Rentner einen neuen Rentenbescheid bekommen und dort wird man es schwarz auf weiß ausgewiesen haben. Mehr als 60 Krankenkassen haben zum Jahreswechsel 2022-2023 den Zusatzbeitrag in der KV erhöht. Davon betroffen sind natürlich auch unsere Senioren. Zwar geht es, wie ich schon eingangs gesagt habe, wirklich nur um ein paar Euro, aber immerhin. Die meisten Kassen verlangen zwischen 0,1% vom Monatseinkommen mehr bis 0,7%. So ist die Spanne. Der bundesweite Kassendurchschnitt 2022 von 1,3% ist 2023, also der Zusatzbeitrag, auf 1,6% gestiegen. Also wenn ein Rentner zum Beispiel 1.000 Euro Rente netto hat, bekommt er ab sofort einen Euro weniger, wenn er bei der AOK Niedersachsen versichert ist. Die erhöhen um 0,1%. Wenn er bei der BKK exklusiv versichert wäre, bekäme er sogar 3,50 Euro weniger Nettorente. Es ist zwar nicht viel, was an der Nettorente fehlt, aber die Erhöhung des Zusatzbeitrages ist ein echtes Rentenminus. Noch viel schlimmer kann es werden, wenn, wie Karl Lauterbach angekündigt hat, der Pflegebeitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung steigen wird. Diesen Beitragssatz zahlen die gesetzlichen Rentner aus ihrer Brutto-Rente allein. Und wenn der dieses Jahr im Jahr 2023 tatsächlich steigen sollte, dann wird es nochmal eine Nettorentenkürzung für Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland geben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.